Guten Morgen, es ist wieder Dienstag und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge der Steuernachrichten. Meine Themen heute, Steuerpflicht von Donations, gewerbliche Einkünfte eines Anwalts und Bewirtung oder Aufmerksamkeiten. Die Unterhaltungsbranche hat viele neue Ausprägungen. Dazu gehören zum Beispiel auch Streamer und andere Content Creator, deren Kanäle Sie per Knopfdruck abonnieren können, um Ihnen zum Beispiel beim Videospielen zuzusehen. Unabhängig von diesem Abo können Sie dem Creator ebenfalls per Knopfdruck ein Trinkgeld in beliebiger Höhe geben. Doch wie sind diese Donations steuerlich zu behandeln? Eine Schenkung oder Spende kommt nicht in Betracht, da die Zahlung eindeutig in kausalem Zusammenhang mit der erbrachten Unterhaltungsleistung steht. Die Zahlung ist daher auch nicht mit den Spenden eines Passanten an einen Straßenmusiker vergleichbar. Ein Trinkgeld ist nach § 3 Nr. 51 Einkommenssteuergesetz steuerfrei, sofern dieses anlässlich einer Arbeitsleistung dem Arbeitnehmer von Dritten für dessen Arbeitsleistung gewährt wird. Der Gesetzeswortlaut bezieht sich eindeutig nur auf Arbeitnehmer. Er ist somit auf selbstständige Unternehmer nicht anwendbar. Der Streamer erbringt daher eine sonstige Leistung im Sinne des § 3 Absatz 9 Satz 1 Umsatzsteuergesetz in Form von Unterhaltungsleistung. Derartige Geldzuwendungen unterliegen daher der Umsatzsteuer. Stellen Sie sich vor, Sie vermitteln Fußballprofis an Vereine, suchen Ausrüster und übernehmen die entsprechende Vertragsgestaltung. Dafür erhalten Sie eine entsprechende Provision. Welche Einkünfte erzielen Sie? Richtig, Ihre Tätigkeit als Spielervermittler ist nicht im Katalog des § 18 Einkommenssteuergesetz enthalten. Somit erzielen Sie Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Der Kläger, ein Anwalt, erhielt für seine Tätigkeit als Spielervermittler ein pauschales Erfolgshunderar. Der Rechtsberatung und Vertragsgestaltung kamen nur eine untergeordnete Rolle zu. Ändert das etwas an der Einkunftsart? Nein. Der BfH bestätigte das Urteil der Voreinstanz. Die Betätigung eines Rechtsanwalts im Zusammenhang mit dem Abschluss von Verträgen zwischen Sportlern und ihren Vereinen ist als einheitliche gewerbliche Gesamtbetätigung anzusehen. Im Streitfall helfe es also nicht, dass der Anwaltsberuf zu den Katalogberufen des § 18 Einkommenssteuergesetz gehört. Aufgrund der pauschalen Vergütung war noch nicht einmal eine Aufteilung der Einkünfte mittels einer getrennten Buchhaltung möglich. Als Trost blieb nur die Anrechnung der Gewerbesteuer auf die Einkommenssteuer nach § 35 Einkommenssteuergesetz. Die Kosten für die Gewerbesteuererklärung bleiben. In der Praxis kommt es häufig zu Fragen der Abgrenzung zwischen Bewirtungskosten und Aufmerksamkeiten, die anlässlich einer Besprechung gereicht werden. Im Gegensatz zu den Bewirtungskosten sind Aufmerksamkeiten in geringem Umfang, die als Geste der Höflichkeit anzusehen sind, in voller Höhe als Betriebsausgaben abziehbar. Es kommt wesentlich auf den Umfang der dargereichten Aufmerksamkeiten an. Das Landesamt für Steuern Niedersachsen hat aus diesem Grund in einer Verwaltungsanweisung Beispiele genannt, die die Zuordnung vereinfachen sollen. Reichen Sie zur Besprechung preiswerte Speisen, wie zum Beispiel belegte Brote oder Brötchen, Salate, kleine Nudelgerichte, Bratwurst mit Brot und Kartoffelsalat, handelt es sich um eine Bewirtung. Gebäck hingegen zählt zu den Annehmlichkeiten. Sind diese Aufwendungen nicht nur geringfügig, handelt es sich um Bewirtung, also wenn Sie zum Beispiel Kuchen oder Torten reichen. Umgekehrt kann die Darreichung von Champagner aber als Aufmerksamkeit anzusehen sein, wenn Sie diesen beispielsweise anlässlich eines hochwertigen Geschäftsabschlusses anbieten. Das war's schon wieder für heute. Wenn Sie jetzt auch Hunger haben, wünsche ich Ihnen einen guten Appetit und eine entspannte Restwoche. Wir sehen uns nächsten Dienstag zu meiner neuen Folge. Tschüss und bis dann. Tschüss und bis dann.